reinfährt ist man offen mit der moskwa das blöde und jetzt nur auf 13 8 14 einsatz das war es nicht nach außen kommt keiner bin geordert ich bin geordert okay wenn entdeckt bin offen dann kommt die dd von draußen glaube ich ja dd muss außen sein weil sie noch nicht einer zieht man auf mich freuen wenn es wieder drei 23 dem neuen da ist noch was die waren auch aus und kann relativ viel aus die neuen bremsten ab ihr müsst jetzt profitieren ja montana breitseite genau vor uns steht leider alles angewinkelt montana brennt montana kann vier mal brennen sehr schön ich wechsle wieder auf he also ist relativ viel hier außen relativ jetzt gibt es wieder gas die tops kommen ab krieg einen ich mache daran jetzt da haben wir das ding das ding die z mache ich das nicht die schießen in meinen arsch ja montana hat mir auch gerade frontal eine milliarde gegeben ich muss mit meinen türm wieder drehen wir müssen bei c durchbrücken leute damit wir ein guckt über hand haben und damit die in die breitseite feuern können da ist nur ein schiff also go 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 ich kann nicht nach c dass die z ja du bist da gierig hau direkt das ist e1 gegen 1 und zeit hat hydro radar aus 6 km montana gibt mir konstant 8k vorne durch montana brennt nicht mehr d 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 Da hinten ist nur D. Moin Ich hab auf die Hindenburg, man schaut auch nicht, ob es hier oder so ist Schön Ich kann momentan nirgends drauf wirken Außer auf die Hindenburg noch Dann raus weg Jeder der kann dann auch dementsprechend bitte auf die Hindenburg, aua Die ist tot Schön Oje, Gieringdorf? Ja D.D. rechts, mitte Ja Montana will nicht brennen Ich fahr jetzt Wow, hab nur einen Turm Ja André, fahr rum und mach die Moskva-Plastung Die steht da Ja, bin da noch grad dabei Ich fahr auf die Moskva-Frontal zu und dann werde ich Torpedos abhören Ja, ne die Moskva-Plastung Ja Da ist die Giering wieder, Nils Ja Moskva ist ziemlich bald dort Sehr schön Ich fahr gleich durch nach B, beide Hindenburgs Ich hab Hydro an Okay Giering hat Motor weg Er ist auch tot Der Giering nochmal 5 oder 600 gegeben Alex, dreh um und wartet auf die Achtung, Torps Von der Z Ja, fahr vorbei Ich schieße jetzt auf den D. Moin Wow Ich hab die Fähler zu werfen Hab ich gemacht Ich schieße jetzt auf den D. Moin, ne? Hm Gibt Gas, die Montana wird jetzt rumkommen mit der anderen D. Moin Komm schon, AP Komm gut, komm gut, komm gut Aber die Moskva jetzt weg Ja Fahr auf Dreht jetzt ein, Nils, muss HEF schießen wieder Ja, geht noch Was hatten wir jetzt für eine Torpedonachfahrzeit? Achtung, Nils, die Schaffung Was ist, Tiff? Von der 3Z jetzt, auf die Qualen Du auch, Nils Komm relativ fix um die Ecke Äh, getroffen Schön Schön, schön Äh, jetzt, wie gesagt Achtung, jetzt Einfach Katz und Maus spielen Was sieht's bei dir denn aus, Yannick? Okay, ich wechsle mal auf dich Flugzeug raus Ja Riskiere nicht zu viel mit der Z Wir haben Punkte vor, oder? Genau Ja Tog gut aus bis jetzt Wir müssen da aufpassen auf die Torpedos Soll ich jetzt halt Bei der Z helfen, oder soll ich zu... Hast du Radar an, gerade? Ne, nein Nein Äh, ja, also Tess Tess, wenn du jetzt nach B abdrehst Das wäre Rainer selbst Und musst du Breitseite der ganzen Gruppe hinter zeigen André, du kannst vorfahren Und dann so über die Inseln schießen Um entdeckt zu werden Und vielleicht die Breitseite zu finden Ja Yannick, hast du Flugzeug? Chris kann gerade rausfahren Du hast Ja, ich muss gerade, weil ich hab die Montelle im Arsch Bin offen durch Radar Genau Und jetzt riskier Bist du offen, Yannick? Nein Gut, dann passt es jetzt gut auf Nicht das... Okay, jetzt ist rausgefahren Auf jeden Fall Fahre weiter in Cap rein Auf jeden Fall Fahre jetzt Fahre jetzt Er ist nicht unnötig von hinten Aber trotzdem noch zu viel Schaden kriegst, ne? Ne, ich bin nicht offen Okay, dann ist gut Ich bin offen Du bist offen Ich weiß mal, dass er ziemlich vor mir ist Dann mach Bleib du Hast du Hydra an, Tischfelter? Kann ich anmachen? Dann mach mal bitte Der zieht jetzt auf mich Kannst du ein Radar anmachen? Ja, bist du bereit? Mach mal Ja Da Sind dann da Torpedos kommen? Nein Entschuldigung, so dass du nicht lebt Ja, ich hab's grad selber gelernt Kann man Schulzeuge schießen? Alter Ja Wie lang die denn Adana? 15 Sekunden Ich treffe bloß Kanonen und Fahr nicht zu weit vor Nils, also Jag die jetzt Muss aber jetzt Muss die jetzt, okay Alex Damit ich dann gleich abschmeißen kann Ah, ja, okay Äh, ist die Gehring Ist die Gehring noch im Nebel bei dir? Ja Ich hab auch auf die Dämonen geschossen Aber leider mit Brand Ich hab nicht geregnet damit Dass die sich so drauf hinstellt Echt? Super schön Ich schauf's mal Andre, wir versuchen die Montana anzuzünden Ja Weil die ist zu spitz auf mich Was? Was? Was macht er jetzt? Ey, wie hat die denn das gemacht? Die musste weg sein Die hat beschleunigt Ne, egal Wir haben Punkte vorteil Genau, Punkte vorteil Und dann wie gesagt auch nicht mehr zu viel Jetzt riskieren bitte Der Schwellter stelle du dich Irgendwann für eine sichere Position rein Wo du nicht durchgeschossen werden kannst Wo du auch keine Tochts abkriegst Ja, ja Das Ding weg Und wie gesagt Noch mal die Infos von vorhin Wiederhole ich Die Montana kann viermal brennen Ich fahr nicht so weit vor Ich fahr nicht so weit vor Ich fahr nicht so weit vor Ja, ich muss Der Hindenburg ist sofort tot Wenn der hier weg ist Sonst da Kampffahren Vorfahren AP Der ist schon geladen Der Junge Jetzt wieder HE Oh, ich komm drüber über den so Ich hoffe, der stirbt jetzt Oh, scheiße Scheiße HE HE Ja Bremst wieder ab Bremst wieder ab Die Montana Und genau Behalte Behalte den Winkel bei Jetzt bloß nicht übermütig Was meinst du nicht jetzt? Nee, nee Kampffahren Blut Noch zwei Schüssen Ein Schuss Er hielt wieder Oder? Ah ne, er hat jetzt gedacht Ich würde wieder hielen Da ist die Gehring auch wieder Ja, für alle anderen Nooo, für alle Ich hoffe, die anderen Da stirbt irgendwie nix mit HEI Bang Oh Na Aber Aber Jetzt Schau, wie sie platzt Pfff Ach Nein Torpedos Torpedos kommen Ach, Torpedos Ich glaube, das wird nicht mehr unsere Einflüsse haben Sehr schön Schönes Ding Schönes Spiel Ja, wieder gut Ja, wieder gut Schönes Spiel orable Schmerzen Schmerz 180